Herzlich Willkommen bei den Nachrichten, dem Nachrichtenformat mit Format mit Nachrichten, dem Wetterwilli, der Regiemulle, diversen Praktikanten, dem einen oder anderen Experten und wenn wir Pech haben, auch mal mit mir zu den Meldungen. Einordnung Die Berliner Zeitung stellt klar, eine Abschiebung von straffälligen Einwanderern nach Syrien oder Afghanistan würde nicht für mehr Sicherheit sorgen, sondern das genaue Gegenteil bewirken. Denn je mehr fiese Möp dort sind, desto mehr Menschen sind dort nicht sicher und müssen zu uns flüchten. Und je mehr zu uns flüchten, desto mehr Straftäter sind dabei, die dann hier, jedenfalls ist es besser, wenn die direkt hierbleiben, damit man hier auch nicht sicher, äh, anders. In Syrien herrscht immer noch ein fieser Diktator, der einfach so Leute verschwinden lässt, wie es ihm gerade gefällt. Und solange der dort ist, sind zurückgebrachte Straftäter nicht sicher dort. Darum ist es besser, wenn hier alle unsicher, äh, und Troll Lindemann mit der Tochter vom Papst eine Herrenboutique in Wuppertal, äh, nächste Meldung. Bienenstich Jan Böhmermann, der mit Abstand beste Satiriker Deutschlands, wurde im Kampf gegen einen Imker, der frecherweise mit einer satirischen Werbung auf eine kritische Erwähnung in Böhmermanns weltbestem Satireformat reagiert hatte, erneut Opfer eines furchtbaren Justizirrtums. Nachdem der begnadete Satiriker bereits in der Erstinstanz unterlag, sah nun auch das Oberlandesgericht die satirische Werbung des Imkers als Satire an, die er machen darf. Och, Mano, was hat man eigentlich davon, reich zu sein und einen finanzstarken Sender im Rücken zu haben, wenn man damit nicht mal einen kleinen Imkermundtod klagen kann? Geschlossene Gesellschaft Unsere Justizvollzugsanstalten haben ein Problem. Es gibt mehr Knackis als Plätze und kaum noch jemanden, der Lust hat, auf die Häftlinge aufzupassen, während Bekloppte auf dem Parkplatz sein Auto abfackeln. In Bremen appelliert der zuständige Staatsrat Schöpe schon, niemanden mehr wegen nicht gezahlter Geldstrafen einzusperren. Personalexperte Jens Gibulte vom Verein Schönerackern schätzt, dass man zumindest einige der allein in NRW 900 unbesetzten Stellen im Strafvollzug besetzen könnte, wenn die Häftlinge aufhören würden, die Mitarbeiter anzuspucken, zu beleidigen oder gar körperlich anzugreifen. Oh, das ist jetzt aber schlecht, wenn man niemanden mehr ins Gefängnis werfen kann, hören dann die Leute nicht irgendwann auf, diese wichtige Rundfunkabgabe zu zahlen? Cancel Culture El Hotzo, auch der mit Abstand beste Satiriker Deutschlands, steht in der Kritik. Nur weil er nach einem Attentat auf den bösen Amerikaner mit der seltsamen Frisur einen lustigen Tweet darüber geschrieben hat, wie schön er es findet, wenn Faschisten sterben, geben sich böse, sicher meist konservative Menschen empört und fordern seine Entlassung. Gute und kluge Menschen wiederum kritisieren dies. Dass der gebührenfinanzierte RBB nun tatsächlich auf eine weitere Mitarbeit des unfassbar witzigen Komikers verzichtet, wird von guten und klugen Menschen noch heftiger kritisiert. Die, die sich darüber beschweren, dass Menschen keine Lust haben, sein Gehalt weiterhin zwangsweise über den Rundfunkbeitrag zu finanzieren, sind übrigens lustigerweise auch die, die darauf pochten, dass die in der Privatwirtschaft beschäftigten Döber von Sylt fristlos entlassen und nie wieder irgendwo eingestellt werden. Abhaken Er hat nichts mit dem Post von Elon Musk zu tun, indem er angibt, die EU habe X angeboten, keine Geldstrafe zu verhängen, wenn X heimlich zensiert, was er abgelehnt hatte. Jetzt mal ehrlich, als ob die EU sowas tun würde. Das sind doch alles Vorzeigedemokraten, die nichts im Sinn haben, als die Freiheit und das Wohlergehen der Bürger der EU-Staaten. Die Polizei bittet um Mithilfe Nach einem Streit in Hannover wurde eine 56-jährige Frau von Jugendlichen zu Boden geschlagen und mit Dritten traktiert, bis sie ins Gleisbett einer Straßenbahn stürzte. Passanten konnten die einfahrende Bahn noch rechtzeitig warnen, die schwerverletzte Frau begab sich ins Krankenhaus. Bei der Suche nach den Tätern bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zwei der Verdächtigen sollen etwa 14 Jahre alt sein, ein mutmaßlicher Komplize zwischen 14 und 16 Jahren. Und sie trugen Kleidung. Ähm, sollen jetzt alle, die Jugendliche in dem Alter kennen, bei der Polizei anrufen oder wie stellen die sich das vor? So ein bisschen genauer wäre die Beschreibung schon ganz gut gewesen, glaube ich. Pürö Wichtiges Signal aus Bautzen Die Kita Benjamin Blümchen gibt es nicht mehr, sie nennt sich jetzt Spreewichtel. Der Grund für die Umbenennung? Der gutmütige, hilfsbereite und zuckerverschlingende Elefant passt nicht mehr zu dem neuen Konzept einer naturverbundenen und sportlichen Kita. Der neue Name soll zudem regionale Verbundenheit zeigen. Ja, dann nennt sich das Ding statt Benjamin Blümchen eben Spreewaldgurken, ist mir doch egal. Aber Moment, Moment, äh, Natur, Sport, regionale Verbundenheit? Das klingt schon irgendwie, also das weckt Assoziationen. Splitterschutz Die weltbeste Bundesministerin für Frauen, Senioren, Jugend und eigentlich auch Familie will das Ehingattensplitting abschaffen, weil sie es unfair findet, dass es klassische Familienmodelle fördert, Alleinerziehende und Patchworkfamilien jedoch nicht. Ewig gestrige Kritiker kritisieren diesen mutigen Schritt natürlich reflexhaft und argumentieren teilweise gar mit einem angeblich im Grundgesetz festgehaltenen besonderen Schutz von Ehe und Familie, liegen jedoch, wie immer, komplett falsch, wie Familienexperte Jens Gibulte vom Privatinstitut für Familienforschung und Ballontiere erklärt. Wenn Eheleute schon gesetzlich dazu verpflichtet sind, für ihren Partner aufzukommen, wenn er krank, arbeitslos oder zum Pflegefall wird, dann sollten sie nicht auch noch steuerlich so behandelt werden, als würden sie gemeinschaftlich wirtschaften, so der Experte. Gut, die Erklärung habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber da er ein Experte ist, wird das schon stimmen, was er sagt. RUMS Die Tagesschau berichtet, dass es während einer Wahlkampfrede des bösen Amerikaners mit der lustigen Frisur einen lauten Knall und einen Zwischenfall gab. Mann, der hat aber auch ein Pech. Erst das Attentat, bei dem er leicht, zwei Personen schwer verletzt und ein Zuschauer getötet wurden, und jetzt auch noch das mit dem Knall. Äh, Moment. Die meinen damit das Attentat? Äh, gut, so kann man das natürlich auch beschreiben. Offline Weltweit haben Unternehmen mit einem kleineren Computerproblem zu kämpfen. Ein Update von CrowdStrike Falcon Sensor, einer Software, die das System vor Angriffen schützt, ließ alle Rechner abschmieren und Neustarten war auch nicht mehr drin. So gesehen war das Update also ein voller Erfolg. Ein Computer, der nicht hochfährt, kann auch nicht angegriffen werden. Trotzdem sind die Kunden eher unzufrieden, denn sie brauchen ihre Computer für den Tagesbetrieb, der aufgrund der Störung teils bis zum völligen Stillstand eingeschränkt ist. Banken und Supermärkte mussten vorzeitig schließen, Notrufzentralen fliehen aus und allein am BER mussten über 100 Flüge gestrichen werden. Am BER brauchen die eine Computerpanne, damit nichts funktioniert? Ja, dann haben die doch all die Jahre auch ganz ohne Computer geschafft. Quote Lisa Paus, die beste derzeit amtierende Bundesministerin für Frauen, Jugend, Senioren und früher auch mal Familien, hat erneut eine großartige Idee. Um Unternehmen zu zwingen, endlich mehr Quotenfrauen in ihren Chefetagen unterzubringen, sollen Geldstrafen von bis zu 2 Millionen Euro verhängt werden. Toll, dann bekommen wir vielleicht endlich mal eine verbindliche Definition, was eine Frau ist. Wenn man fragt, bekommt man ja nie eine wirklich aussagekräftige Antwort. Schlag gegen Rechts Die weltbeste, derzeit amtierende Bundesinnenministerin Faeser hat erneut einen mutigen und effektiven Schlag gegen den Rechtsextremismus geführt und zu einer Art Aluhut-Schülerzeitung zum Verein erklärt und verboten. Zwar wird sie von Einzelnen dafür kritisiert, aber Fakt ist, dass die Demokratie nur gerettet werden kann, wenn man den Schwurplan die Bürostühle wegnimmt. Mahnungen, dass hier Mittel etabliert werden, die irgendwann auch mal von einer bösen Regierung gegen gute Medien, äh Vereine, eingesetzt werden könnten, sind natürlich reinste Kaffeesatzleserei. Also echt mal, anstatt sich zu freuen, dass der Bademantelbube künftig stehen muss, blären die gleich wieder von Presse- und Meinungsfreiheit. Manche Leute sind aber auch nie zufrieden. Zum Gesetz der Woche Wenn sich in Kansas zwei Züge auf der gleichen Schiene treffen, darf keiner von beiden weiterfahren, bevor nicht der andere passiert hat. Was soll das denn gehen? Also beide müssen stehen bleiben? Bis einer der beiden, die stehen bleiben müssen, am anderen vorbeigefahren ist? Sind die Amis ein bisschen blöd oder kommt mir das jetzt nur so vor? Zu den Auslandsmeldungen Europien Glücksfall Ursula von der Leyen, bekannt für Stoppschilder im Internet, ihr Engagement für externe Berater, gelöschte Handydaten und maximal transparente Impfstoffdeals, bleibt Präsidentin der Europäischen Kommission. Wir können uns also auf weitere fünf wunderbare Jahre freuen, in denen sich die EU voll und ganz darauf konzentriert, Europa als den wunderbaren Ort zu erhalten, der es derzeit ist und wo die Bürger glücklich und zufrieden voller Vertrauen in die Zukunft blicken. Warmbierland In Leeds kam es als Reaktion auf den Versuch des Jugendamts, gefährdete Kinder aus ihrer Familie zu holen, zu einer friedlichen Demonstration. Im Verlauf dieser Demonstration gingen mehrere Fahrzeuge spontan in Flammen auf, ein Polizeiauto bewarf sich selbst mit diversen Gegenständen, Steine flogen wie von Zauberhand durch die Luft und auch sonst ist alles in bester Ordnung. Amerikanien Forschies der Universität Wisconsin, Wisconsin ist da, wo Käse noch Käse ist, haben etwas Tolles entwickelt. Ein Eis, das auch bei Zimmertemperatur bis zu vier Stunden lang nicht schmilzt. Also es schmilzt schon, aber es verläuft und tropft nicht, sondern behält seine Form bei, auch wenn es eigentlich schon flüssig ist. Einziger Nachteil, es ist nicht essbar, zumindest noch nicht. Ja gut, um solche Feinheiten kann man sich ja später kümmern. Wichtig ist erstmal, dass die Form stimmt. Ja und dass es vegan ist, ich mag kein Eis mit Nashornshülse drin. Zu den Verkehrsmeldungen Ludwigshafen Die Maudacher Straße in Richtung Maudach ist wegen eines Straßeneinbruchs gesperrt. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. Am besten umfahren Sie Ludwigshafen komplett, da gibt es sowieso nichts, was es lohnen würde, sich den Stress mit der völlig durchgeknallten Verkehrsführung dort anzutun. Aber wer zum Geier bricht denn eine Straße ein, was kann man denn da klauen? Zum Sport Rumprumsport Ralf Schumacher hat sich mit seinem Freund gezeigt und geoutet. Sie haben davon allerdings nichts, für Ihre alte Karre bekommen Sie trotzdem nicht mehr Geld. Radsport Aufgrund steigender Corona-Zahlen führt die Tour de France wieder eine Maskenpflicht ein. Allerdings nicht für die Radler, sondern für Journalisten, die mit den Radlern in Kontakt kommen. Dies soll verhindern, dass sich die Sportler bei Journalisten anstecken. Herr Tour de France, war das nicht das, wo die Sportler so viele Medikamente im Blut haben, dass sie theoretisch gegen jede erdenkliche Krankheit immun sein müssten? Egal. Zum Wetter, Willi, mach du mal. Danke, Pulli. Na so langsam streckt der Sommer ja doch noch seine ersten Fühler aus, zumindest gab es schon Gewitter. Schön mit Regen, da kamen keine Regentropfen runter, das waren Regenbrocken. Aber zum Ende der Woche hin wurde es dann doch noch richtig warm. Was sage ich, das war nicht warm, das waren reinste Höllentemperaturen. Bis zu 30 Grad, also genau das, was man im Sommer erwarten darf. Mit anderen Worten, wir werden alle sterben. Und damit zurück zum Pulli. Danke, Willi. Das war's von den Nachrichten für diese Woche. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, kling klack, wer ist denn da? Hoppla, die Nachrichten sind's.